Co-Working. Startups und Innovation. Die Orangerie jetzt auch direkt am Wasser in Stahlsund. Wir bieten dir neben einem Arbeitsplatz alles, was du brauchst, um dein eigenes Business nachhaltig aufzubauen. Designvolle Inneneinrichtung, neueste Technik, superschnelles Internet, Konferenzräume, Getränke und vieles mehr. Aber nicht nur das. Wir von der Orangerie haben ein überregionales Ecosystem aufgebaut, um Startups in mittelgroßen Städten zu unterstützen und groß zu machen. Wir sind erfahrene Gründer und greifen dir und deinem Team unter die Arme. Starte auch du jetzt durch und komm in unsere Community als Coworker oder Startup.